hallo der kameramodus ist auf gruppe eingestellt aber für dieses setup geht es besser mit rahmen sehen sie uns klarer diese funktionen sind unerlässlich die kernbedürfnisse sind einfach sie müssen sehen mit wem sie sprechen reaktionen sehen situativen kontext verstehen und sich auch als teil der diskussion fühlen mehrere kameras helfen wenn das gespräch über den tisch ist mit mehreren kameras und unseren kri-regisseur sichern wir die beste ansicht in szenarien mit mehr personen können wir ihnen helfen sich auf das gesagte zu konzentrieren indem wir einen stream liefern der dem aktiven sprecher gewidmet ist und einen weiteren stream der ihnen den kontext vermittelt mit sprecher und gruppen modus profitieren sie von beidem sie sehen den sprecher es fügt virtuellen interaktionen eine neue dimension und verbessert die verbindung stefan wie verbunden fühlst du dich bei einem feuerwehrauto draußen oder spielen deine kinder mit dem nervigsten lama wie fühlst du dich ich denke die geräusch unterdrückung einschalten sirenen lamas büros wird unsere geräusch unterdrückung ihnen in jedem meeting kristallklares audio liefern imo gefallen vielen dank fürs zuschauen imo gefallen 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 imo gefallen